Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum letzten Spieltag der Fantasy Bundesliga, zumindest zum letzten des Ligaspieltags. Morgen gibt es dann schon die Playoffs, also das wird eine Folge sein mit drei Spielen mit den beiden Halbfinals auf neutralem Grund und im Endeffekt dann auch das Finale. Freut mich, dass ihr nochmal eingeschaltet habt, schaltet auch gerne nochmal morgen ein, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, da würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten viel Spaß jetzt, es gibt in beiden Staffeln die Konferenz, letzter Spieltag, ich habe es auch versprochen, hoffe es gefällt euch und dann bin ich fertig mit dem Gelaber, ihr könnt jetzt gleich noch einmal einen Blick auf die Tabelle werfen und dann geht es tatsächlich los und wenn ihr euch nur für eine Staffel interessiert, seht ihr auch die Timelinks. Los geht's mit der Konferenz der Staffel Nordwest, viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Und damit ein ganz herzliches Hallo in der ersten Konferenz von Zweien, die wir heute am Start haben. Wir beginnen in der Nordwest-Staffel beim VfL Bochum, da ist der FC Schalke 04 zu Gast. Der FC Schalke ist schon sicher in den Playoffs, der VfL Bochum kann das heute mit einem Dreier auch schaffen, aus eigener Kraft, aber die Schalker werden es hier im Vonovia-Ruhr-Stadion den Gastgebern so schwer wie möglich machen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das hier zutragen wird. Das sind die ersten Eindrücke aus Bochum und schauen jetzt erstmal in den Norden zum HSV. Der HSV könnte profitieren, wenn der VfL Bochum patzen sollte. Ein unentschiedenes VfL und der HSV muss auf die Konkurrenz hoffen, die über ihm steht. Und dann ist es möglich für sie noch in die Playoffs einzuziehen. Borussia Mönchengladbach möchte allerdings nicht in die rote Zone geraten. Da ist ein Sieg auch durchaus wichtig. Auch hier haben wir ein ganz genaues Auge drauf. Schauen jetzt weiter nach Bremen. Wo der 1. FC Köln zu Gast ist und auch da entsteht noch eine ziemlich spannende Konstellation. Köln kann an Bremen vorbeiziehen, dazu müssen sie aber auch gewinnen hier im Weserstadion. Wir schauen auf die Aufstellung der Geißböcke. Fliegen weiter und diesmal nach Bielefeld. Wo ebenfalls eine ganz spannende und interessante Partie auf dem Plan steht. Bielefeld hat die Pole Position der Verfolger. Zumindest steht ein Punkt hinter Bochum und ist auf Rang 3. Dortmund möchte mit einem Sieg noch den letzten Platz verlassen. Auch das ist möglich. In dieser Liga sowieso alles denkbar. Aber die Halle hier, die Arena ist ausverkauft. Das dürfte auch am Millern-Tor nicht anders sein. Definitiv ist es nicht anders. Der FC St. Pauli hat Eintracht Braunschweig zu Gast. Für beide Teams kann es auch ganz theoretisch noch nach unten anbrennen. Aber auch nach oben ist für beide Mannschaften mit 11 Punkten noch die kleine Hoffnung da. Aber da muss schon einiges zusammenlaufen, dass es da noch die Playoff-Platzierung wird am Ende des Tages. Das sind jetzt alle 5 Partien. Starten wollen wir das Ganze beim VfL Bochum. Die Bochumer starten auch von links nach rechts in den weißen Trikots. Haben den Ball am Fuß der FC Schalke 04 dunkel gekleidet. In den schwarzen oder anthrazitfarbenen Trikots der VfL über die rechte Seite mit Osei Tutu. Verfolgerduell. Sie können nicht mehr erster Platz werden. Den Platz hat der erste Tabellenführer, also der FC Schalke 04, schon sicher. Wir schauen hier einmal drauf, was die Flanke von Osei Tutu bringt. Nicht viel, die Szene ist geklärt. Wir springen in den Volkspark, wo, wie erwähnt, Borussia Mönchengladbach zu Gast ist. Gladbach nur einen Platz vom Rivalen, vom 1. FC Köln. Und es liegt auch nur ein Punkt zwischen diesen beiden Mannschaften. Das ist durchaus wichtig, dass man hier vielleicht direkt das frühe Tor macht. Jonas Hofmann legt sich den Ball zu weit vor. Kein Abseits. Die Fahne blieb unten. Aber vor Heuer-Fernandes verliert er dann die Nerven. Riesenchance gerade zum ersten Treffer hier in der Konferenz. Und der HSV auf dem Vormarsch über rechts. Berkery Jatza jedoch im Abseits bekommt den Ball hier wieder. Startet dann etwas zu früh. Tor an Bremen. Und den Treffer an Bremen, den holen wir uns. Das 1 zu 0 für den SV Werder Bremen. Leonardo Bittencourt in der 13. Spielminute mit dem 1 zu 0 für den SV Werder Bremen. Der 1. FC Köln bleibt damit unten stecken in der roten Zone. Borno kommt nicht mehr ran. Horn streckt sich, erreicht den Ball aber auch nicht mehr. So dass der Ball von Bittencourt rechts einschlagen kann. Sehr platziert. Passt gut. Direkt neben den Pfosten. Und hatte auch genügend Wucht. Der erste Treffer in der Konferenz startet also hier in SV Werder Brems Heimstätte, dem Weserstadion. Hoffen wir mal, dass es jetzt ein bisschen in Fahrt kommt hier, was die Tore angeht. Der 1. FC Köln aber weiß auch, wie es funktionieren kann. Spielt nicht eine so schlechte Serie, aber die Punkte blieben aus. Diese Flanke ist aber eher missglückt und wir wechseln. Nach Hamburg zum FC St. Pauli, das zweite Spiel, das in Hamburg stattfindet. Marvin Knoll zu Rico Benatelli und das 1 zu 0. 20. Minute. Die Gastgeber führen Rico Benatelli, wiederholungstäter in dieser Saison, macht das Ding rein. Starke Aktion von Knoll. Dann der Ball mit guter Übersicht nach hinten gespielt. Der Ball mit guter Übersicht von dem Marvin Knoll. Gierke ist auch noch beteiligt in der Szene. Und so führen hier die Gastgeber, die damit etwas Hoffnung haben können auf den zweiten Platz. Jetzt schauen wir uns das zweite Tor in Bremen an. Das ist der Ausgleich. Durch Jonas Hector, der Käpt'n. Persönlich schlägt zu. In der 21. Spielminute macht das 1 zu 1 der Gästeblock. Proppe voll. Und wird jetzt auch an die Belastungsgrenze geführt. Das Betonblöckchen da. Weil auch Jonas Hector ganz genau zielt. Vom Innenpfosten springt der Ball rein. Hier steht es 1 zu 1. Wie sieht es denn in Bielefeld aus? Hier steht es ebenfalls unentschieden. Jedoch noch ohne einen Treffer. 22 Minuten gleich von der Uhr. Arminia Bielefeld verteidigt erstmal ganz sicher. Und möchte hinten nichts anbrennen lassen. Tor in Hamburg. Tor in Hamburg, also. 22. Minute. Tut mir leid, dass wir unterbrechen. Aber für Tore muss immer Zeit sein. Und hier haben wir es. Und ein wunderschönes noch dazu. Sonny Kittel, Doppelpass hier mit Adrian Fein. Und apropos Fein. Den zieht er fantastisch mit der linken Innenseite ins linke Eck. Der HSV führt mit 1 zu 0 und darf jetzt ebenso wie der Stadtkonkurrent darauf hoffen, die Playoffs noch zu erreichen. Hier steht es 1 zu 0. Wir springen zurück nach Bielefeld. Da waren wir eben nur kurz. Die Chancen sind hier aber auch relativ rar gesät. Da muss man ehrlich sein, Jonathan Klaus. Aber Piszczek passt auf, sodass Fabian Klos nicht an den Ball herankommt. Brunner jetzt mit einer ganz netten Aktion. Dortmund ist aber hinten kompakt und will dann auch nichts zulassen. Jetzt vielleicht mal eine gute Kontersituation. Sensho Hakimi, das Tempo wird etwas verschleppt. Tor auf St. Pauli. Noch mal drauf und dann wollen wir uns das Tor anschauen. Das 1 zu 1 in der 30. Minute. Nick Proschwitz schlägt zu. Wuchtiger Schuss. Nicht zu halten für Himmelmann. Dann von Biancardi nach außen gelegt. Dann diese Flanke auf dem zweiten Pfosten ist Nick Proschwitz. Da muss ein Torjäger stehen. Penny ist zu weit weg. Und wie gesagt, da ist dann für Himmelmann keine Chance mehr einzugreifen. Es steht 1 zu 1. Das zweite Tor also nun auch hier gefallen. 30 Minuten sind von der Uhr. Es ist eine gute Partie, die jetzt eben auch zwei Treffer gleichmäßig und gerecht verteilt zu sehen bekam. Das soll es fürs erste von ihr gewesen sein. Wir schauen nach Bochum. Waren hier seit relativ geraumer Zeit nicht mehr. Aber es ist eine ganz nette Partie. Man merkt, dass für den VfL Bochum einiges auf dem Plan steht und auch auf dem Spiel vor allem. Man spielt nicht ganz so befreit auf, wie man das noch aus den vorherigen Wochen kannte. Beim FC Schalke 04 lässt sich aber auch keine Ruhe oder sowas erkennen. Sie wollen hier auch auf den Dreier gehen, auch wenn sie den ersten Platz sicher haben. Osei Tutu auf der rechten Seite wird da aber auch gestoppt. Wir wollen die Schlagzahl jetzt nochmal erhöhen und wechseln nach Bremen. Hier gibt es auch nochmal eine Standardsituation. 38. Minute. Eckball von der rechten Seite. Milot Rashica. Bittenkurt kommt kurz, bekommt den Ball aber nicht. Hätte er vielleicht bekommen sollen. Uth köpft das Ding raus. Ganz ohne Probleme. Toprak Klaas nochmal. Aber deutlich zu wenig. Den Fischtorn locker ab. Will den Gegenangriff einleiten. Der Ball landet dann wieder beim SV Werder Bremen. Das Niveau konnte nach dem 1 zu 1 nicht ganz gehalten werden. Aber es ist durchaus noch einiges drin für den 1. FC Köln. Geht es ja wirklich darum vom vorletzten Platz runter zu kommen. Tor in Hamburg. Der Ausgleich durch Alassane Plea in der 45. Spielminute. Der Volkspark erstummt fürs Erste. Alassane Plea lässt sich da von Heuer-Fernandes nicht aus der Ruhe bringen. So wie es bei Jonas Hofmann zu Beginn der Partie noch einmal aussah. Lässt er den Hamburger Schlussmann gar keine Möglichkeit zur Abwehr. Er gleicht das Ding hier aus und stellt auf 1 zu 1. In der 45. Spielminute. Revidiert also das 1 zu 0 durch Sonny Kittel in der 22. Spielminute. Also nochmal nach Bremen. Da ist ein Tor gefallen. Die erneute Führung für den SVW. Milot Rashica ist der Torschütze. Super gemacht. Von Davy Selke den Ball bekommen. Dann einmal mitgenommen. Und drauf gehauen. Vorbei an Timo Horn. Auch der Ball zu hart geschossen, als dass da irgendwer hätte eingreifen können. Und unmittelbar vor dem Pausenpfiff geht Werder Bremen noch einmal in Führung. Das dürfte es eventuell jetzt auch gewesen sein. Das war es auch in Bochum. Wird allerdings noch gespielt. Schauen wir mal rüber. Und Bochum kommt. Nübel mit der Parade. Utschidka dazwischen. Szene noch heiß. Und jetzt ist der Ball im Tor. Anthony Lucia mit dem 1 zu 0. Und der Treffer zählt natürlich. Nachspielzeit gerade abgelaufen. Und in diesem unglaublichen Torhuber-Bohu behält Lucia die Übersicht. Starke Parade von Nübel. Dann Utschidka dazwischen. Lucia bleibt in der Szene. Und nickt das Ding dann irgendwie ein. Der sieht den Ball gar nicht richtig. Springt einfach ein bisschen hoch. Und von seinem Kopf geht der Ball über die Linie hinweg. 45. 20. plus 3. Der VfL Bochum auf Playoffkurs. Das kann ganz viel wert sein. Dieser Treffer. Das lässt dann die Konkurrenz aus Bielefeld von St. Pauli und aus dem Volkspark erst mal ein bisschen verstumm. Auch Braunschweig ja zählt noch dazu. Also das war es für die erste Hälfte aus allen Stadien. Bochum führt mit 1 zu 0. Das hier das dickste Ausrufe zeichnet. Wir sehen uns gleich wieder. Jo, erstmal kurze Pause. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn es dir gefällt, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich möchte gar nicht lange rumschnacken. Das ist jetzt erstmal die ganz kurze Pause. Ihr seht die Ergebnisse im Überblick. Und dann geht es gleich weiter mit dem zweiten Durchgang. Viel Spaß und danke nochmal fürs Reinschalten. Zurück in der Konferenz. Zurück in Bielefeld. Der Gast aus Dortmund darf anstoßen in Schwarz-Gelb. Aber es läuft noch nicht rund. Aber bei beiden Mannschaften nicht so wirklich. Für Bielefeld rückt die Playoff-Qualifikation gerade in weite Ferne dadurch, dass der VfL Bochum kurz vor der Pause noch getroffen hat. Und Dortmund sollte hier schleunigst mal einen Treffer erzielen. So wie in Hamburg jetzt einer. Die Gäste schlagen erneut zu. Und Borussia Mönchengladbach setzt sich damit auf unerreichbare Ferne von Köln und Dortmund ab. Das sind aktuell zwölf Punkte auf der Haben-Seite. Flanke von rechts. Die wird länger und länger. Lars Stindl am zweiten Pfosten hält den Schädel hin. Louis Schaub, auch nicht gelernter Verteidiger. Er kann in der Szene nicht mehr viel tun, außer zuzuschauen. Die Partie ist gedreht. Borussia Mönchengladbach ist in sehr guter Verfassung. Stindl schlägt zu. Hier direkt kurz nach dem Wiederanpfiff. Also haben wir den ersten Treffer in der zweiten Hälfte gesehen. Und schauen, ob wir jetzt mehr noch bekommen in Bremen. Der SVW kommt zumindest über Bittencourt und Davy Selke. Der zieht in den Strafraum ein. Wird da ein bisschen alleine gelassen. Und da ist Rashica, der erhöht. 53. Minute. Das 3 zu 1. Ein super Tor. Selke hat zu viel Platz zum Flanken. Ezebue kommt nicht mehr ran. Ist zu weit entfernt von Milot Rashica. Der trifft ihn auch perfekt. Klasse Abnahme. 3 zu 1 für den SV Werder Bremen. In Hamburg bei St. Pauli steht es noch 1 zu 1. Und Blau-Gelb hat gerade den Ball und etwas mehr Aktien hier drin im Spiel. Marvin Purié über die rechte Seite. Vernaschter Rico Benatelli. Dem Torschützen vom 1 zu 0 fällt da nicht viel ein im defensiven Zweikampf. Trotzdem kann die Szene bereinigt und geklärt werden. Der FC St. Pauli versucht es über Gjörkeres gegen Becker im Duell. Wird dann aber aufgehalten, sodass sich die Braunschweiger wieder sortieren können. Becker ist doch wieder dazwischen und wir schauen nach Bochum. Kommen frisch zu einem Wechsel. De Carli geht runter. Eine Verletzung habe ich da jetzt nicht gesehen. Aber das heißt nochmal volle Kraft auf die Defensive. Da dürfen jetzt keine Körner fehlen. Nicht mal der eine einzige, weil der FC Schalke 04 nach wie vor dran ist. Und hier auch was holen möchte. Serdar und Gregoritsch. Serdar jetzt nicht der sprintstärkste Spieler der Liga. Aber er setzt sich da im Duell erstmal nicht so schlecht durch. Die Flanke ist aber schwach. Jemand fängt das Ding ohne Probleme ab. Und jetzt der erste Treffer auch in Bielefeld. 1-0 für die Arminia. Sebiu Suku mit dem 1-0. Stützt Dortmund ins Tal der Tränen. Kloos mit dem genialen Pass. Dann Bürki mit der genialen Parade. Aber Suku setzt nach. Kommt als erster an den Ball. Und ist das ein Kopfball oder bringt er den irgendwie auch halt mit der Schulter über die Linie. Bürki versucht noch hinterher zu hetzen. Der Ball aber für ihn unerreichbar. Arminia Bielefeld zumindest macht seine Hausaufgaben. Und sollte jetzt der VfL Bochum einen Gegentreffer kassieren. Dann würde es für Arminia Bielefeld Platz 2 und Playoffs heißen. Also es ist noch alles drin in dieser Konferenz. Auch für den BVB. Aber da müssten sie jetzt schon zwei Tore sein. Das ist relativ schwierig zu gewährleisten. Zumal Bremen und Gladbach auch in Führung sind. Also Daumen drücken für Schwarz-Gelb. Das wird jetzt eine ganz große Herausforderung. Bielefeld hofft auf den FC Schalke 04, dass die nochmal gegen Bochum zuschlagen. Hier steht es 1 zu 0. Das heißt, wir haben jetzt in jeder Partie einen Treffer mindestens gesehen. 20 Minuten sind noch auf der Uhr. Hier wird gewechselt. Der Torschütze geht runter. Dafür kommt Keanu-Staude rein. Wir schauen nochmal nach Hamburg. Blicken mal drauf, wie der HSV mit dem Rückstand umgegangen ist. Sie haben ihn jetzt relativ sportlich weggesteckt, weil sie auch von Bochum und Bielefeld mittlerweile in Kenntnis gesetzt wurden. Das bedeutet, die Hoffnung auf Platz 2 ist unglaublich gering. Nahezu G0. Aber trotzdem haben sie den sportlichen Anspruch hier, ihre Fans nochmal zumindest mit einem Remis zu verabschieden. Doch Borussia Mönchengladbach macht das auch gut. Verteidigt das hier sauber runter. Der HSV ist spieldominant, hat mehr Ballbesitz. Aber die ganz große Torgefahr fehlt noch. Dann ist auch hier keiner in der Mitte, wenn dann mal die Flanke von der rechten Außenbahn kommt. Und so trudelt das Spiel hier so langsam aus. Es ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Und hier wird wieder gewechselt. Wir wechseln nach Bremen. Und hier wird auch gewechselt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird mehr Spieler ausgetauscht, als das Fußball gespielt wird. Aber der Eindruck kann natürlich auch täuschen. Das ist jetzt aber gerade schon etwas sehr auffällig. Der SV Werder Bremen kommt auf jeden Fall nochmal. Bittencourt. Die Silboué passt aber auf. Klärt das Ding zum Eckball. Und jetzt nochmal Drechsler, der ein bisschen mehr offensiven Zug hat als Hector. Aber Hector hat eben das einzige Tor für die Gäste erzielt. Da muss jetzt ein Wunder her. Und zwar mittelschweres. Nochmal eine Chance. Horn hat den Ball fest. Wir wechseln nochmal nach St. Pauli. Hier haben sich beide Mannschaften wohl auch so mit ihrem Schicksal im Tabellenmittelfeld abgefunden. Für Braunschweig geht es darum, einfach drin zu bleiben in der Liga. Für den FC St. Pauli geht nach oben auch durch die Konkurrenz einfach nichts mehr. Und so läuft das Spiel hier so langsam aus. Es ist eine große Feier. Die Party geht auch jetzt nicht übertrieben ab. Aber man ist zufrieden. Fynn Ole Becker kommt für Waldemar Sobotta. Und wir schauen nochmal nach Bielefeld. Wie sieht es beim BVB aus? Es schaut nicht danach aus, als könnten sie hier nochmal zurückschlagen. Weil Bielefeld auch gut vom eigenen Tor weg verteidigt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie eigentlich ziemlich gut sogar angreifen. Die Chance zum 2-0 war jetzt nicht wirklich da. Aber es sieht immer mal wieder zwischendurch gefährlich aus. Und für den BVB heißt es dann wohl Tabellenplatz 10. Das war eine sehr durchwachsene Saison. Man hatte zwischendurch eine Hochphase. Aber im Endeffekt war das leider zu wenig. Und das war es tatsächlich. Bielefeld gewinnt und muss jetzt hoffen, dass vielleicht sogar durch den Treffer von Schalke Platz 2 für sie rausspringt. Und es wäre gerade durchaus möglich gewesen, aber der Pass hier zu ungenau, aber auch dann aus einer klaren Abseitsposition. Das zögert sich hier noch ein bisschen über die Zeit heraus hinaus. Aber das dürfte es wohl gewesen sein. Das bedeutet, wenn gleich abgefiffen ist, was jetzt passiert, der VfL Bochum und der FC Schalke 04 in den Playoff-Halbfinals gegeneinander antreten. Beziehungsweise nicht gegeneinander, sondern gegen Platz 1 und Platz 2 aus der Südoststaffel. Das sind hier freudige Gesichter auf beiden Seiten. Schauen wir mal nach Bremen. Da müsste es anders aussehen. Zum Teil. Bremen ist natürlich zufrieden mit diesem Sieg. Der 1. FC Köln verabschiedet sich von dieser Liga mit Platz 9. Das war heute zu wenig. Ein Sieg hätte es gebracht, aber auch das Torverhältnis war nicht gut genug. Das war es aus der Konferenz, zumindest für die Nordweststaffel. Und schauen gleich noch in die Südost. Und von der Nordweststaffelkonferenz schauen wir in den Südosten, wobei geografisch betrachtet Frankfurt eher südwestlich liegt. Aber das soll heute nicht zur Debatte stehen. Eintracht Frankfurt, Tabellenletzter heute gegen Hansa Rostock. Und die Krogge möchte in die Playoffs, ganz klar. So wie es parallel schon zwei Mannschaften gepackt haben. Ebenso sieht das für den SV Weithof Mannheim daheim im Karl-Benz-Stadion aus. Allerdings, doch für den Gast aus München vom FC Bayern, wird dieser Traum wohl nicht mehr in Erfüllung gehen können. Sie sind vier Punkte hinter Platz 2. Das ist aus mathematischen Gründen schon gar nicht mehr erreichbar in einem Spiel. Wollen es aber dem SV Weithof schwer machen. Und die stehen eben auf Tabellenplatz 2, müssen heute dann aber auch abliefern. Ebenso wie der VfB Stuttgart. Denn der VfB steht noch auf einem der beiden roten alarmierenden Plätze. Platz 9 mit 7 Punkten. Darunter eben noch Frankfurt mit nur 6 Punkten. Aber der 1. FC Nürnberg, der hat ebenfalls nur 7 Punkte. Das heißt für Stuttgart ist es durchaus möglich hier noch was zu reißen. Aus eigener Kraft, da Nürnberg auch gegen Bresden spielt und die sich die Punkte wegnehmen. Also ab mal nach Dresden. Das ist eben diese interessante Konstellation. Platz 7 Dresden gegen Platz 8 Nürnberg. Nürnberg muss hier gewinnen, um an Dresden vorbeizuziehen. Ansonsten kann es noch ganz ganz übel werden. Aber für Dynamo Dresden gilt eben das gleiche. Wenn sie hier verlieren sollten und Stuttgart punktet, ja dann geht es möglicherweise nach unten. Wir schauen noch mal nach Kaiserslautern. Da ist der Tabellenführer zu Gast. Der TSV 1860 München. Sie haben aktuell die beste Position. Ein Punkt würde ihm sicher zu den Playoffs, sicher zum Tabellenplatz Nummer 1 sogar reichen. Aber der 1. FC Kaiserslautern hat gezeigt, dass er auch die Top-Teams der Liga ärgern kann. Gegen Bayern 1-1, gegen Rostock haben sie sogar gewonnen. Und sie wollen natürlich auch nicht nach unten abrutschen. Schauen wir jetzt mal weiter. Nach Frankfurt. Wir haben alle fünf Stationen abgehandelt. Vorm Anpfiff aber auch ganz kurz vor knapp. Nur denn hier läuft es bereits bei der Eintracht. Der FC Hansa Rostock zu Gast. Pepic erobert den Ball und das kann gleich ganz gefährlich werden. Hanslik. Pepic bisschen das Tempo verschleppt. Opoku zu Hanslik. Schon verhuckt. Hanslik zu Mirnes Pepic. Fünfte Minute. Da ist schon der erste Treffer. Und Rostock schießt sich damit. Auf Platz 2. Folgenschwerer Fehler im Mittelfeld bei Frankfurt. Verhuck, Hanslik und letztendlich Mirnes Pepic treffen die Frankfurter. Den Tabellenletzten richtig hart. Also so kann eine Konferenz doch durchaus mal beginnen. Und bitte nachziehen. Waldhof Mannheim oder der FCB. Aktuell Mannheim mit dem Ballbesitz. Aber die Bayern holen sich die Pille wieder. Lewandowski. Sehr guter Ball. Kein Abseits. Thomas Müller. Thomas Müller tritt noch einmal drauf. Thomas Müller. Wunderbarer Schlenzer. Achte Spielminute. Achte Spielminute. Ein enttäuschender Saisonverlauf. Der SV Waldhof Mannheim kann voll und ganz zufrieden sein. War lange sogar ungeschlagen. Jetzt geht es darum hier Platz 2 wieder zu holen. Denn Rostock führt ja in Frankfurt. Mannheim also aktuell komplett von den Playoffs entfernt. Bayern kommt aber und macht hier das Leben schwer. Der Ball jedoch schon im Aus. Da haben wir nochmal einen Blick auf den gut gefüllten Gästeblock. Schauen auf die Möglichkeit von Thomas Müller und springen dann nach Stuttgart. Wo übrigens der KSC zu Gast ist. Aus dem Wildpark hier in die Mercedes-Benz Arena gekommen. Und Karlsruhe. Ja auch die haben noch nicht unberechtigte Hoffnung auf Platz 2. Ist zwar eher klein diese Wahrscheinlichkeit. Aber sie können zumindest hoffen. Da münzen sie hier dann aber auch Gewinn. Alexander Kreuz mit dem Abschluss. Der hat getroffen am letzten Spieltag. Trifft hier nur den Pfosten. Die Flanke von Kobel dann geklärt. Das war gerade eine gute Möglichkeit. Also dickes Ausrufezeichen. Wie schaut es in Dresden aus? Noch verhalten auf beiden Seiten. Das ist hier eine Abseitsposition. Wobei der Ball doch wohl eher vom Nürnberger Verteidiger kam. Gut, Makulatur. Aber vielleicht interessant gewesen, wie die Szene sonst ausgegangen wäre. Hier steht es 0 zu 0 nach 20 Minuten. Das ist auch in Ordnung so. Dresden kann damit deutlich besser leben. Denn wenn es so bleibt, dann kann ihnen relativ wenig passieren. Zumindest auch wenn Frankfurt nicht punktet. Und dann relativ hoch gewinnt gegen Rostock. Aber danach sieht es aktuell auch nicht aus. Hier steht es 0 zu 0. Wir melden uns, wenn was passiert. Und wollen jetzt mal am Betzenberg vorbeischauen. Im Fritz-Walter-Stadion ist der TSV 1860 zu Gast. Und die Roten Teufel kommen über Sickinger. Auch er war noch zuletzt erfolgreich. Schad zu Bachmann. Liegt zurück. Timmy Thiele mit dem 1 zu 0. 28. Minute. Da kommen wir doch gerade rechtzeitig. Trifft den Tabellenführer noch nicht ganz hart. Trotzdem müssen sie aufpassen. Denn sollte Mannheim jetzt einen Treffer erzielen. Dann wäre tatsächlich der TSV 1860 München nicht mehr in den Playoffs dabei. Timmy Thiele schlägt zu. 28. Minute. Man möchte sich selber noch von unten distanzieren. Das wäre mit so einem Sieg durchaus möglich. Kaiserslautern führt mit 1 zu 0. Und das ist nicht ganz unverdient. Hatte zuletzt auch mehr vom Spiel. Und wer ist in Frankfurt jetzt? Der Ausgleich durch Timmy Schändler in der 30. Spielminute. Da atmet der TSV 1860 München erst mal parallel auf. Aber auch für Frankfurt bedeutet das, dass die Hoffnung noch nicht vorbei ist. Flanke von links. Timmy Thiele Schändler, der am zweiten Pfosten per Kopf zur Stelle ist. Und den Ball an Markus Kolke vorbeibringen kann. Schlägt da zu. Er steht 1 zu 1. Das frühe 0 zu 1 von Mjernis Pepic. Also egalisiert. Wollen wir doch nochmal in Mannheim vorbeischauen. Ebenfalls hier eine knappe halbe Stunde absolviert. Punkte wären aktuell ebenfalls gleichmäßig verteilt. Aber der FC Bayern München will hier unbedingt nochmal mit einem Sieg die Verabschiedung aus der Liga gestalten. Die beste Chance durch Thomas Müller haben wir gesehen. Sieht hier gerade ein bisschen behäbig aus. Die Flanke ist auch suboptimal. Deswegen wollen wir schnell noch eine Station weiterschauen. Hier waren wir vorhin auch nur relativ kurz in Stuttgart. Und was der KSC macht, sieht besser aus. Stenzel geht dann erstmal auf Nummer sicher. Man merkt eben auch, dass es beim VfB in dieser Saison nicht so ganz laufen will. Der vorletzte Tabellenplatz steht nach wie vor fest. Flanke von links jetzt von Silas Vamangituka aber abgewehrt. Und jetzt versuchen sie es da hinten spielerisch zu lösen. Muss man auch immer erstmal so machen, wenn man da unten drin steht. Aber es hat in dieser Situation funktioniert. Jetzt gibt es vielleicht Räume über Mario Gomez, der den Ball links zu Silas spielt. Eben noch im eigenen Strafraum. Jetzt auf der gegenüberliegenden Seite die Flanke dann aber schwach geschlagen. Daniel Gordon holt sich dann den Freistoß ab. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber die Davies dazwischen. Toren Kaiserslautern. Ja, den nächsten Treffer in Kaiserslautern. Schauen wir an. Das ist das 1 zu 1 für die Gäste. Und der sichere Einzug in die Playoffs für 1860 Stand jetzt Sascha Mölders. Die Lebensversicherung des TSV macht kurz vor dem Seitenwechsel den Ausgleich. Trägt auch nicht zu Unrecht die Kapitänsbinde. Die Nummer 9 wird seinem Ruf vollkommen gerecht. Und macht das Ding rein. Der 1. FC Kaiserslautern hat nach dem Führungstreffer ein bisschen zu viel Leine gelassen. Das wurde hier direkt bestraft. Und dürfte vermutlich das 1 zu 1 dann zur Pause bedeuten. Es sei denn, der 1. FC Kaiserslautern hat jetzt noch einen Geniestreich auf Lager. Das ist nicht der Fall. In Dresden wird noch gespielt. Gaiserslautern versucht da den Ball noch zu retten. Was aber nicht mehr zu retten war in dieser Situation. Gleich aber auch hier Halbzeit. 2 Minuten angezeigt. 2 Minuten abgelaufen. Terrazino vielleicht nochmal Eras. Der aber aufpasst, dass den rausklärt. Dann dürfte es das jetzt gewesen sein. Oder gibt es hier eine gute Möglichkeit? Beide Nicola Dovedan macht viel zu wenig draus. Also hier steht es 0 zu 0. Das war es mit der Konferenz. Noch ein bisschen Luft nach oben, was die Tore angeht. Aber da sind wir mal optimistisch für den zweiten Durchgang. Also bis gleich. Jo, hier seht ihr dann auch noch einmal die Ergebnisse im Überblick. Und ich kann nicht oft genug sagen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Freut mich wirklich sehr. Und dann soll es weitergehen mit der Konferenz. Jetzt fallen wirklich nochmal einige Tore. Könnt ihr euch drauf freuen. Zurück in der Konferenz. Frankfurt gegen Rostock. Da soll es beginnen in der Commerzbank Arena. Es steht 1 zu 1. Peepic in der 5. Mit dem 1 zu 0 für die Gäste. Und Schendler, Timmy Schendler, in der 30. Mit dem 1 zu 1 per Kopf. Für den FC Hansa Rostock bedeutet das aktuell nur Rang 3. Und damit ist man nicht zufrieden. Man will unbedingt in diese Playoffs rein. Und heute bietet sich die Chance. Jetzt schauen wir aber nach Dresden. Da geht es um den Abstieg. 1 zu 0 für den 1. FC Nürnberg. Und das ist in der 50. Minute das Zeichen, dass Nürnberg sicher und aus eigener Kraft die Liga hält. Flanke von rechts aus dem Strafraum. Hack setzt sich da durch. Setzt den Kopfball aus kurzer Distanz an Kevin Broll vorbei ins kurze Eck. Und bringt Nürnberg hier in Führung. Und das ist ein dickes Ausrufezeichen. Das wir jetzt auch in Kaiserslautern wohl erleben. Es ist wirklich ein ganz dickes Ausrufezeichen. Vom Tabellenführer. Vom Meister aktuell. Der Südoststaffel. Grill hulert mit den Armen. Kann aber nichts mehr machen. Super Schuss. Oben links rein. Da ist überhaupt gar nichts zu halten. Efkan Bekirolu ist der Torschütze. Da war keiner mehr dran. Super platziert. 1 zu 2. 1860 dreht also die Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern in der 51. Spielminute geht doch ganz gut hier wieder los in der Konferenz. Sascha Möll, das geht schon ziemlich früh, wie ich finde. Und das soll sich dann auch erstmal einem neutralen Zuschauer oder einem Laien erklären. Aber da wird sicherlich ein Plan hinter stecken. Den werden wir vielleicht noch betrachten. Timmy Thiele jetzt aber. Eine ganz starke Einzelaktion. Und das ist ja nicht zu fassen. Der postwendende Ausgleich. 2 zu 2 in der 54. Minute. Weil Timmy Thiele einen Geniestreich aus dem Schuh zaubert. Auch ein bisschen Glück dabei. Aber diese Körperbewegung schafft sich so viel Freiräume damit. Dann ein wunderbarer Antritt, dass keiner mehr hinterherkommt. Und die Führung des TSV 1860 München hält keine 180 Sekunden. Und das ist jetzt wirklich ein ganz dickes Ausrufezeichen hier in der Konferenz. Wir schauen erstmal nach Mannheim. Kleinere Chance gerade für den FC Bayern München. Da sind wir passend da. Königsmann hält das Ding aber fest und hat nicht wirklich große Probleme dabei, den Ball festzuhalten. Der SV Waldhof Mannheim profitiert aktuell noch davon, dass Rostock und Karlsruhe jeweils nicht in Führung sind. Und ansonsten würden sie ihren Platz da an der Sonne loswerden. Der FC Bayern München aber macht hier weiterhin den deutlich besseren Eindruck. Mannheim wirkt gehemmt und kommt überhaupt nicht ins Spiel hinein, wie man es noch zu Beginn der Saison gesehen hat. Stunde gleich von der Uhr. Wir warten auf die erste richtig gute Möglichkeit der Gastgeber. Aber es sieht erstmal wieder eher nach einem Treffer für die Bayern aus. Allerdings stand Thiago jetzt hier wohl im Abseits. wird die Sequenz weggeschnitten und wir gehen auch weg nach Stuttgart. Der VfB kämpft, hat aber aktuell trotzdem nur Platz 9 inne, weil Dynamo Dresden noch das bessere Torverhältnis hat. Steht bei minus 2, Stuttgart bei minus 4. Beide bei 8 Punkten. Das ist also eine durchaus dramatische Situation. Jerome Gondorf jetzt mit dem Fehlpass. Und Massimo bringt den Ball gleich wieder vorne rein. Gonzalo Castro, Flanke abgefälscht. Pissot ist dazwischen. Gondorf, nächster Fehler, Mario Gomez und da ist das Tor in der 66. Stand jetzt der VfB Stuttgart noch weiter über dem Strich. Oder erstmals seit langer Zeit. So ist es besser ausgedrückt. Und es ist ein riesiger Patzer da in der Defensive. Obhoff dann ohne Chance. Das 1-0 für den VfB. Durch Mario Gomez. Der ist schon als legendär zu bezeichnen in diesem Verein. Seine Historie über alle Zweifel erhaben. Und aktuell für den VfB Stuttgart die Rettung. Damit ziehen sie vorbei an Dynamo Dresden. Wie kommt der KSC damit zurecht? Die Tor in Kaiserslautern. Können die Playoffs wohl abhaken? Tor in Kaiserslautern. Die zweite Führung für den TSV. Das 3-2 für die Gäste. Eine fantastische Partie. Sieht seinen fünften Treffer. Da kann der Torschütze aber auch durch die Verteidigung gehen. Wie ein Messer durch ein warmes Stück Butter. Also das ist schwach verteidigt vom 1. FC Kaiserslautern. Dennis Dressel schlägt zu. Auch nicht das erste Mal in dieser Saison. Ja wie schaut es denn in Frankfurt bitte aus? Tja Frankfurt muss jetzt ganz stark sein. Das dürfte es vielleicht schon gewesen sein. Sie müssen ja auf jeden Fall gewinnen und dann noch drauf hoffen, dass es in der Konkurrenz nicht so ganz rund läuft. Aber der VfB Stuttgart beispielsweise führt halt auch. Der FC Hansa Rostock. Ja der steht gerade mit Mannheim Punkt gleich da. Aber hat das schlechtere Torverhältnis vielleicht jetzt über Mjernis Pepic. Der hatte seine Füße im Spiel beim ersten Treffer. Und Verhook auch. Und Verhook auch zu. Hans liegt der schlägt zu. Das 2-2-1 für die Gäste. Der FC Hansa Rostock ist aktuell tatsächlich auf dem zweiten Tabellenrang. Und es waren diese drei, die auch schon das 1-0 einleiteten und da ganz großen Anteil dran haben. Pepic, Verhook, Hans liegt. Diesmal in anderer Kombination. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Und zwar ein Treffer vorbei an Kevin Trapp. Es steht 2-1 für die Gäste. Tor in Stuttgart. Und in Stuttgart wird es jetzt wohl auch dramatisch. Wobei sich die Stuttgarter so langsam befreien vom Drama. Das 2-0. Der KSC jetzt mit Auflösungserscheinungen. Also hier steht 2-0. Wie schaut es denn in Dresden aus? Es gibt Freistoß und Dresden muss sich echt Sorgen machen, weil Johannes Geis das gut kann und der Ball noch abgefälscht wird. Aber Kevin Broll mit der Superparade. Ja, noch minimal abgefälscht. Aber vielleicht dadurch überhaupt die Chance für Kevin Broll da ranzukommen. Knappe Szene. Etwas mehr als 10 Minuten noch zu spielen. Für Dynamo Dresden sieht es jetzt ganz schwarz aus. Aber es reicht ihnen ein Treffer. Dann ist Nürnberg wieder hinter ihnen. Und Frankfurt ist wohl auch verloren. Die liegen ja sogar hinten. Gegen Hansa Rostock. Doch der 1. FC Nürnberg zieht sich nicht ins Schneckenhäuschen zurück, sondern versucht auch zu attackieren. Wir wollen nochmal nach Mannheim verlieren sie am letzten Spieltag die Playoffs-Ränge aus den Augen. Es könnte so sein und theoretisch hätte es schon beschlossene Sache sein können. Weil der FC Bayern hier Chance um Chance hat, den Treffer nochmal zu erzielen. Aber bis in die Schlussphase hinein klappt es einfach nicht. Er steht hier weiterhin 0-0. Die einzige Partie, die noch auf einen Treffer wartet. Und vielleicht wird sie das auch vergeblich warten. Und das tut dann den Mannheimern so richtig weh. Denn lange Zeit waren sie gut im Spiel. Aber jetzt vielleicht. Munir Busiane mit der Flanke. Boateng. Der aber aufpasst. Mannheim nochmal Schuster. Aber von Kimmich gestoppt. Gibt's nochmal was. Er zielt eine Mannschaft hier den Treffer. Wir sind schon lange im Lucky Punch Bereich. Also wenn hier ein Treffer fällt, dann ist es das auf jeden Fall gewesen. Aber für wen fällt er? Oder fällt er überhaupt? Busiane, Akatouren, Stuttgart. Alaba ab. Es gibt Freistoß. Wir wollen auch mal nach Stuttgart schauen. Alles vorbei. Der VfB Stuttgart und hält die Staffel. Und das aus eigener Kraft. 3 zu 0. Humorlos von Philipp Klement abgeschlossen. Gordon und Ophoff schauen einfach nur noch hinterher. Hier ist alles klar. Der VfB Stuttgart springt also am letzten Spieltag noch gerade so dem Verderben von der Klinge. Und für den KSC geht's hier gerade ein bisschen so dahin. Man hatte ein ganz gutes Torverhältnis. Das verbaut man sich heute allerdings. Elf Gegentore mittlerweile vor der Partie waren es 8. So ein 3-0 fällt schwer ins Gewicht. Aber sie haben nochmal die Chance hier. Ben Hatira über links. Ist Nachspielzeit eigentlich abgelaufen. Ben Hatira mit der Flanke. Da ist Alexander Goiz. Der schon am letzten Spieltag getroffen hat. Macht hier das 3 zu 1. Ja, die Freude ist doch nochmal relativ groß für so einen Ehrentreffer. Aber warum auch nicht. Da gibt's aber nur müden Applaus aus dem Gästeblock. Zu enttäuschend war das, was der KSC hier über weite Strecken oder insgesamt abgeliefert hat. Und mehr als ein müdes Lächeln wird man dann den Fans wohl auch nicht mehr abbringen können. Zumal hier Stuttgart gegen den KSC auch nicht irgendein Spiel ist, sondern schon ein durchaus rivalisierendes, bedeutendes Duell. Aber es steht 3 zu 1. Der VfB Stuttgart wird sich hier von der Siegerstraße nicht mehr abbringen lassen. Zumal die Nachspielzeit auch schon abgelaufen ist. Der Treffer jetzt gerade auch schon in der vierten oder fünften Minute der Nachspielzeit. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch angefiffen wird. Das dürfte es jetzt aber dann wohl tatsächlich gewesen sein. Und das ist es auch. Nach sechs Minuten wird abgefiffen. Wir schauen ganz kurz auf die Tabelle. 1860 und Rostock. Sie schaffen es mit ihren Siegen auf Platz 1 und Platz 2. Und nach Dresden und nach Frankfurt kommt keiner mehr. Die sind auf den letzten beiden Plätzen. Abschließen wollen wir das Ganze aber mit einem positiven und zwar in Kaiserslautern. beim Tabellenführer denn hier wurde gerade noch gespielt aber die Tabelle ist jetzt manifestiert weil bei Kaiserslautern gegen 1860 nichts mehr passierte. Der TSV ist Tabellenführer Meister in dieser Staffel und zieht jetzt in die Playoffs ein. Die werden dann morgen direkt hier auch ausgetragen. Der 1. FC Kaiserslautern hat sich tapfer geschlagen gegen den Tabellenführer aber war am Ende trotz zweier Tore unterlegen. Verdiente Führung das war es aus der Konferenz. Wir schauen jetzt auf beide Staffeln nochmal mit den kurzen Highlights und mit der Tabelle. Wir schauen jetzt einmal auf die Tabelle und ansonsten gibt es gleich die Highlights wirklich nochmal ganz kurz zusammengeschnitten mit dem Live-Kommentar aus der Konferenz dazu. Morgen gibt es die Playoffs Schalke, Bochum 1860 und Rostock sind dabei Platz 1 gegen Platz 2 jeweils aus der Staffel und ja ansonsten jetzt noch viel Spaß mit den Highlights sonst bedanke ich mich ganz herzlich bei euch bis zum nächsten Mal und adios das 1 zu 0 für den SV Werder Bremen Leonardo Bittencourt in der 13. Spielminute mit dem 1 zu 0 für den SV der 1. FC Köln bleibt damit unten stecken in der roten Zone Bono kommt nicht mehr ran Horn streckt sich erreicht den Ball aber auch nicht mehr nach Hamburg zum FC St. Pauli das zweite Spiel das in Hamburg stattfindet Marvin Knoll zu Rico Benatelli und das 1 zu 0 20. Minute die Gastgeber führen Rico Benatelli Wiederholungstäter in dieser Saison macht das Ding rein starke Aktion von Knoll dann der Ball mit guter Übersicht nach hinten gespielt von eben Marvin Knoll Gierker ist auch noch beteiligt in der Szene und so führen hier die Gastgeber das ist der Ausgleich durch Jonas Hector der Käpt'n persönlich schlägt zu in der 21. Spielminute macht das 1 zu 1 der Gästeblock proppevoll und wird jetzt auch an die Belastungsgrenze geführt 22. Minute tut mir leid dass wir unterbrechen aber für Tore muss immer Zeit sein und hier haben wir es und ein wunderschönes noch dazu Sonny Kittel Doppelpassier mit Adrian Fein und apropos Fein den zieht er fantastisch mit der linken Innenseite ins linke Eck der HSV führt mit 1 zu 0 und darf jetzt ebenso wie der Stadt Konkurrent darauf hoffen die Playoffs noch zu erreichen das 1 zu 1 in der 30. Minute Nick Proschwitz schlägt zu wuchtiger Schuss nicht zu halten für Himmelmann von Biancati nach außen gelegt dann diese Flanke auf dem zweiten Pfosten ist Nick Proschwitz da muss ein Torjäger stehen Penny ist zu weit weg und wie gesagt da ist dann für Himmelmann keine Chance mehr einzugreifen es steht 1 zu 1 der Ausgleich durch Alassane Plea in der 45. Spielminute der Volkspark er stummt fürs erste Alassane Plea lässt sich davon heuer Fernandes nicht aus der Ruhe bringen so wie es bei Jonas Hofmann zu Beginn der Partie noch einmal aussah lässt er den Hamburger Schlussmann gar keine Möglichkeit zur Abwehr gleich das Ding hier aus die erneute Führung für den SVW Milot Rashica ist der Torschütze super gemacht von Davy Selke den Ball bekommen dann einmal mitgenommen und drauf gehauen vorbei an Timo Horn und Bochum kommt Nübel mit der Parade Utschidka dazwischen Szene noch heiß und jetzt ist der Ball im Tor Anthony Lucia mit dem 1 zu 0 und der Treffer zählt natürlich Nachspielzeit gerade abgelaufen und in diesem unglaublichen Torhuber Bohu behält Lucia die Übersicht starke Parade von Nübel dann Utschidka dazwischen Lucia bleibt in der Szene und nickt das Ding dann irgendwie ein der sieht den Ball gar nicht richtig springt einfach ein bisschen hoch und von seinem Kopf geht der Ball über die Linie die Gäste schlagen erneut zu und Borussia Mönchengladbach setzt sich damit auf unerreichbare Ferne von Köln und Dortmund ab das sind aktuell 12 Punkte auf der Haben Seite Flanke von rechts die wird länger und länger Lars Stindl am zweiten Pfosten hält den Schädel hin Louis Schaub auch nicht gelernter Verteidiger kann in der Szene nicht mehr viel tun außer zuzuschauen der SVW kommt zumindest über Bittencourt und Davy Selke der zieht in den Strafraum ein wird da ein bisschen alleine gelassen und da ist Rashica der erhöht 53. Minute das 3 zu 1 ein super Tor Selke hat zu viel Platz zum Flanken Ezebue kommt nicht mehr ran ist zu weit entfernt von Milot Rashica der trifft ihn auch perfekt klasse Abnahme 3 zu 1 für den SV Werder Bremen 1 0 für die Arminia Sebi Osoco mit dem 1 zu 0 2 stürzt Dortmund ins zahl der tränen klos mit dem genialen pass dann Birki mit der genialen parade der aber Suko setzt nach kommt als erster an den Ball und ist das ein Kopfball oder bringt er den irgendwie auch halb mit der Schulter über die Linie Birki versucht noch hinterher zu hetzen der Ball aber für ihn unerreichbar Der 1. FC Köln verabschiedet sich von dieser Liga mit Platz 9 Das war heute zu wenig ein Sieg hätte es gebracht aber ja auch das Torverhältnis war nicht gut genug Das war es aus der Konferenz zumindest für die Nordwest Staffel und schauen gleich noch in die Südost John Verhock Kanz legt zu Mirnes Pepic 5. Minute da ist schon der erste Treffer und Rostock schießt sich damit auf Platz 2 Folgen schwerer Fehler im Mittelfeld bei Frankfurt Verhock Hanslik und letztendlich Mirnes Pepic Lewandowski sehr gut dabei kein Abseits Thomas Müller tritt noch einmal drauf Thomas Müller wunderbarer Schlenzer Achte Spielminute das erste dicke Ausrufezeichen da wäre Königsmann wohl nicht mehr rangekommen und die roten Teufel kommen über Sikinger auch er war noch zuletzt erfolgreich Schad zu Bachmann liegt zurück Timmy Thiele mit dem 1 zu 0 28 Minute da kommen wir doch gerade rechtzeitig trifft den Tabellenführer noch nicht ganz hart trotzdem müssen sie aufpassen denn sollte Mannheim jetzt einen Treffer erzielen dann wäre tatsächlich der TSV 1860 München nicht mehr in den Playoffs dabei der Ausgleich durch Timmy Schendler in der 30. Spielminute da atmet der TSV 1860 München erstmal parallel auf aber auch für Frankfurt bedeutet dass das die Hoffnung noch nicht vorbei ist Flanke von links Timmy Schendler der am zweiten Pfosten per Kopf zur Stelle ist den Ball an Markus Kolke vorbeibringen kann schlägt da zu er steht 1 zu 1 das ist das 1 zu 1 für die Gäste und der sichere Einzug in die Playoffs für 1860 Stand jetzt Sascha Mülders die Lebensversicherung des TSV macht kurz vor dem Seitenwechsel den Ausgleich trägt auch nicht zu Unrecht die Kapitänsbinde 1 zu 0 für den 1. FC Nürnberg und das ist in der 50. Minute das Zeichen dass Nürnberg sicher und aus eigener Kraft die Liga hält Flanke von rechts aus dem Strafraum Hack setzt sich da durch setzt den Kopfball aus kurzer Distanz an Kevin Broll vorbei ins kurze Eck es ist wirklich ein ganz dickes Ausrufezeichen vom Tabellenführer vom Meister aktuell der Südost Staffel Grill hudert mit den Armen kann aber nichts mehr machen super Schuss oben links rein da ist überhaupt gar nicht zu halten Efkan Bekirolu ist der Torschütze da war keiner mehr dran super platziert 1 zu 2 den werden wir vielleicht noch betrachten Timmy Thiele jetzt aber eine ganz starke Einzelaktion und das ist ja nicht zu fassen der postwendende Ausgleich 2 zu 2 in der 54 Minute weil Timmy Thiele einen Geniestreich aus dem Schuh zaubert auch ein bisschen Glück dabei aber diese Körperbewegung schafft sich so viel Freiräume damit dann ein wunderbarer Antritt dass keiner mehr hinterher kommt und die Führung des TSV 1860 München hält keine 180 Sekunden ist dazwischen Gondorf nächster Fehler Mario Gomez und da ist das Tor in der 66 Stand jetzt der VfB Stuttgart noch weiter über am Strich oder erstmals seit langer Zeit so ist es besser ausgedrückt und es ist ein riesiger Patzer da in der Defensive Obhoff dann ohne Chance das 1 zu 0 für den VfB durch Mario Gomez die die zweite Führung für den TSV das 3 zu 2 für die Gäste eine fantastische Partie sieht seinen fünften Treffer da da kann der Torschütze aber auch durch die Verteidigung gehen wie ein Messer durch ein warmes Stück Butter vielleicht jetzt über mir das Pepec der hatte seine Füße im Spiel beim ersten Treffer und Verhook auch zu Hans legt der schlägt zu das 2 2 1 für die Gäste der FC Hans Rostock ist aktuell tatsächlich auf dem zweiten Tabellenrang und es waren diese drei die auch schon das 1 zu 0 einleiteten und da ganz großen Anteil dran haben Pepec Verhook Hans legt diesmal in anderer Kombination aber das Ergebnis ist das gleiche und zwar ein Treffer vorbei an Kevin Trapp es steht 2 zu 1 für die Gäste wobei sich die Stuttgarter so langsam befreien vom Drama das 2 zu 0 der KSC jetzt mit Auflösungserscheinungen alles vorbei der VfB Stuttgart hält die Staffel und das aus eigener Kraft 3 zu 0 Humor Humorlos von Philipp Klement abgeschlossen Gordon und Opoff schauen einfach nur noch hinterher ins Gewicht aber sie haben nochmal die Chance hier Ben Hatira über links Nachspielzeit eigentlich abgelaufen Ben Hatira mit der Flanke da ist Alexander Greuz der schon am letzten Spieltag getroffen hat macht hier das 3 zu 1 die Freude ist doch nochmal relativ groß für so einen Ehrentreffer aber warum auch nicht da gibt es aber nur müden Applaus aus dem Gästeblock zu enttäuschend war das was der KSC über weite Strecken oder insgesamt abgeliefert hat nach 6 Minuten wird abgefiffen wir schauen ganz kurz auf die Tabelle 1860 und Rostock sie schaffen es mit ihren Siegen auf Platz 1 und Platz 2 und nach Dresden und nach Frankfurt kommt keiner mehr die sind auf den letzten beiden Plätzen abschließen wollen wir das Ganze aber mit einem positiven und zwar in Kaiserslautern das war es aus der Konferenz Kaiserslautern Kaiserslautern